Hallo, mein Name ist Alex Fischer und in dem heutigen Video geht es um die Definition des Wortes Baubeschreibung. Vereinfacht gesagt, beschreibt eine Baubeschreibung die Qualität und den Standard des Baus. Dies erfolgt zusammen mit den Plänen und den Bauplänen und den Detailbauplänen. Das sind Unterlagen, die man üblicherweise von dem Bauträger, also der, der das Objekt erstellt, bekommt beziehungsweise von dem Architekten, wenn man selber komplett den Bauherrn spielt. Wenn du von einem Bauträger ein Objekt kaufst, dann ist es wichtig, dass du diese Unterlagen sehr genau prüfst, vor allem die Baubeschreibung, weil hier wird ja der Standard festgelegt, nachdem dann später gebaut werden soll und das ist praktisch der wichtigste Bestandteil des Kaufvertrages. Wird auch zusammen mit den Plänen bei einem Bauträger-Kaufvertrag mit beurkundet. Aber auch bei bestehenden Objekten, also Bestandsobjekten, gibt es natürlich Baubeschreibungen, weil irgendwann wurde das mal gebaut. Die sind üblicherweise in der Bauakte zu finden, beziehungsweise kannst du dir dort raussuchen. Solltest du allerdings neu bauen, beziehungsweise von einem Bauträger kaufen oder ein saniertes Objekt von einem Profi kaufen, dann kann ich dir nur empfehlen, lass diese Baubeschreibung auch von einem Profi nachprüfen. Die Ausgaben für den Architekten beispielsweise oder den Bauingenieur, der sich das anschaut, die lohnen sich auf jeden Fall, denn es ist die entsprechende Vertragsgrundlage, nach der dann später gebaut wird. Auf meiner Seite alex-fischer-duesseldorf.de veröffentliche ich auch eine Checkliste, wie man eine Baubeschreibung prüft, so dass sie praktisch sinnvoll ist, beziehungsweise was eine Baubeschreibung enthalten muss, so dass sie wirklich okay ist und dem heutigen Standard entspricht. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich formale Anforderungen und Dinge, die drin sein müssen, beziehungsweise Sachen, die heutiger Baustandard sind, aber es gibt trotzdem immer noch einen Unterschied, ob man jetzt High-End ausbaut oder nur ganz einfach. Deswegen hilft es nichts, man muss sich das wirklich anschauen, denn es werden dort ja auch persönliche Vorlieben eingebaut, also genau lesen, Hilfe dazu holen, aber auch selber genau lesen, denn auch dein Architekt weiß natürlich nicht genau, welche Ausstattung du bevorzugst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich um einen Daumen hoch freuen, beziehungsweise einen positiven Kommentar. Vielen Dank fürs Zuhören, dein Alex Fischer.